So, da ihr nun Teil unserer Mannschaft seid, ist es höchste Eiszeit uns vorzustellen. Er hier heißt Olaf. Das hier ist Olaf. Und das ist Olaf. Er hier ist Olaf. 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 Und ähm... Ähm... Olaf. Olaf. Na gut, dann lasst mich raten. Ihr Name lautet dann bestimmt... Ja, das ist richtig. Günther.